Was ist das, wenn wir das Jutz nicht öffnen dürfen und wir dürfen uns auch nicht versammeln? Haben wir beschlossen, dass wir das dann kurzerhand so machen, dass Kinder oder auch Eltern einfach mal uns anrufen können, entweder Marias Nummer oder meine. Wir würden uns dann in einer 1 zu 1 Situation wiederfinden, natürlich mit Sicherheitsabstand und könnten dann mit den Kindern ja irgendwas Tolles machen. Eventuell mal ein Picknick im Stadtpark oder wenn die Spielplätze wieder auf sind, auf dem Spielplatz toben oder, oder, oder. Ganz viele Sachen können wir machen in der Natur. Ja, wir hoffen, dass wir dann auch mal wieder Kontakt haben mit den Kindern. Ich würde mich sehr freuen, wenn das Angebot angenommen werden würde und jeder mal ein bisschen wieder aus der Bude rauskommt. Und wir wollen ihnen auch zeigen, dass wir einfach da sind. Wir sind da, wir sind nicht weg. Das Jugendzentrum wird es weiterhin geben und wir grüßen alle und wünschen allen, vor allen Dingen gesund zu bleiben. Meine Telefonnummer ist 0162-7035-665. Und mein Name ist Ute Fröhlich, wer mich noch nicht kennt. 0157-508-93177. Und ich heiße Maria Saluska.